Ich komme sofort nach. Einmal mit Profis arbeiten. Ein einziges Mal. Hier ist jetzt ein Herz auf. Welche Richtung ist denn die Startbahn hier? Ich hoffe mal bei den Hangars da hinten. Ja guck mal, wir starten ja schon. Wir sind ja richtig auf Zack. Der Dui hat uns getrimmt. Lass erstmal die Jäger raus starten. Was braucht du hier? Temperaturen? 50-60 Grad. Keine Reihe, mach doch Rakete. 60 Minimum. Die Stadt geht alles quer und wild durch. Hier passiert nichts. Wo war Licht in der Kiste? Du gab es ja Licht. Da ganz links. Direkt neben dem Sitz. Licht ist ausverkauft. Diese Schalter, aber die wirken nicht. Ja, es war gerade ausgeflogen. Ah ja. Manche starten mit italienischen, manche mit deutschen Hoheitszeichen. Oh stimmt. Ich habe auch die deutschen. Verdammt. Italien noch drauf. Es ist zu spät. Niemals ist zu spät. Niemals. Alles. Okay, das habe ich auch. Wir machen jetzt Abflug Richtung Westen. Eine letzte halbe Runde. Wie hoch wollen wir denn gehen? Nicht über 4000, dann macht die G50 schlapp. Ja, Volldruckhöhe ist glaube ich um die 3,5 Kilometer bei der G50. Frage Leistung für die Bomber? 65 irgendwas. Da wo Normale steht. Normale. Das ist Millimeter HG. Und 70% LF. Victor, aber für Führungsmaschine genau im Fadenkreuz. Kuga, ich weiß nicht ob das tiefe Seufzen von hier kam. Hat es geklappt, bist du in der Luft? Ja. Ich fliege hinter denen her dort. Na sehr gut, sehr gut. Kuga und Kuga haben eindeutig den selben Mikrofonhersteller. G50 hat unter dem Wendeanzeiger den Kompass übrigens, wenn ihr schaut. Ganz leicht versteckt hinterm Joystick praktisch. Was ist ein Joystick? Ein Freudenstapel. Zu heiß in Österreich. Ja. Musik! Ich dachte das nicht zu sein darf. Na egal. Hier einschalten. Und dann da einschalten. Achtung! Was? Vorsicht, wir sind auf der Linken und auf der Nürn. Ich komme einfach nicht mit, ich habe keine Ahnung warum. GAS! Wo hast du die Tür da stehen? Ich nehme mein Wort zurück. Siehst du was? Ich sehe nichts. Ich sehe nur eine große Stadt, links unten auf der Elf. Ja, das ist Korn. Alles klar. Autocats, Vorausflug auf der 9 Uhr Tiefflückfeld. Wir machen mal die Schächte offen. Es wird KfG in Deckland. Und die Bombenmäe. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was aufstellen. Wir denken auch KfG, ja. Wir warten mal jetzt. Ja, und dann kann man Intervall einstellen. Die Klappen sind offen wie du. Danke. Das reicht. Feindmeldung, wir haben Elf Uhr oberhalten. Feind, Elf Uhr oberhalten. Wir haben Plymth Uhr auf der 3 Uhr jetzt. Ja. Ich zieh den. Ist jetzt links von mir. Wir gehen jetzt unter die Wolken. Die Bomben geht unter die Wolken. Ab dafür. Ja. Na gut. Dann achte mal bitte drauf. Der war gerade hinter mir. Wir haben eine Speedfire G50. Wir haben eine Speedfire auf der 3 Uhr. Er hat sogar getroffen. Aber nicht gut. Rühre. Schaut mal hinter euch. Na, ich steck schon hier überall. Hinter euch kommt einer rein. Hinter euch. Pass auf. Achtung, die Uhr ist das nächste für dich. Der ist gerade über eine G50 drüber geflogen. Zieht gerade hoch. Da war eine einzelnen fliegende G50 gerade. Forte Kettflugkanz auf 30. Ja. Ein Uhr. Schnappkrieg von Romeo. Ein Uhr, Spitti. Speedfire ist deutlich höher als wir. Ja. Jetzt auf gleicher Höhe auf einem. Bleib an den Bunkaraya. Bommbahn. Ich weiß ja gar nicht. Ich möchte ihn nur in dem Auge behalten, was die macht. Ja, die zieht jetzt wieder hoch. Fliegt Richtung Norden. Einer kriegt sechs. Drückt an. Schaut mal eure Sechsen an. Eine G50 kriegt sechs. Das hilft mir gar nichts. Von deiner Uhrzeit wär mal gut. Ja, die hinterste. Höhe. Die gerade eine Fassrolle geflogen hat. Da ist noch eine Spitti. Passt auf. Kommt jetzt gerade auf unserer 5 Uhr herein. Brecht mal alle über Rolf. Speedfire kommt jetzt heran. Geht an die dritte Maffine. Vorsicht. Die dritte Maffine wird beschossen. Wie du links. Nicht schlafen. Links. Rechts. Steigt hoch. Die eine Spitti. Fällt jetzt wieder. Schau. Vorsicht. Spitti kommt gerade auf einen herunter. Kommt runter. Was ist das mit den Bomben an diesem Wald bei Crepon wenn wir hier alle rumkuchen? Eine Minute. Ich mal. Viktor erkannt. Wir sind schon da. Bomben haben wieder Feindtrailung auf 1 Uhr oberhalb. 1 Uhr. Ja. Wer nicht im Luftkampf ist, bitte versuchen nach Crepon. Die Bomben sind jetzt bei dem Flussverlauf. Vor Crepon. Bomben genau südlich des Flugfalls. Angriff. Zehn Sekunden. Wortschützen fertig machen. Versucht doch bitte Richtung Crepon. Versucht doch bitte Richtung Crepon. Ich bin im Luftkampf. Versucht bitte noch in Richtung Crepon euch aufzusetzen. Ich bin im Luftkampf. Ich weiß an Scheiß was ich hier sagen. Sie biegen in der Küste. Ich seh die Küste aber. Funkdisziplin bitte. Funkdisziplin. Wir haben wieder Feindlerung auf 2 Uhr. Flieg Richtung Crepon im Zweifelsfall West. Da ist alles Platz. Die Spitti stürzt. Mitfeuer vor den Bombern. 12 Uhr. Kraft. Das ist G50. Victor. Wie lange braucht der noch bis zum Abwurf? 5 Sekunden. Abschluss. Abflugbus. Warn und Nase bereit. Los. Länger als 5 Sekunden. Der Platz ist schon ganz schön kaputt. Wie durch die Tanklager. Vorsicht die. Wir sind da gerade abgestürzt. Sehen wir was ist da abgestürzt. Das Spitfire. Vorsicht der Spitti kommt hinten rein. Bei den Bombern. Auf eurer Nase. Ja ich komm. Ich stürz drauf. Ich bin dahinter aber die ist einfach zu schnell. Ja ich auch. Also ich seh keine Speedy. Da war gerade nur eine G50 hinten rein. Immer check dass es keine G50 sind. Ja jetzt kriegt 6. Bomber kriegen 6 jetzt. Nein das bin ich. Ich stürz gerade drauf auf die Bomber. Ob und jetzt kommt sie rein. Ein Bomber kürzt da rum. Was macht der? Spitfire jetzt hinter Bomber. Ja aber die geht nicht auf die Bomber. Hinter dem letzten Bomber der jetzt zur Küste rausfliegst. Spitfire kommt rein. Sie ist zerstört. Wenn du nach rechts fliegst kann ich schneiden. Bugerstatter ist kaputt gegangen. Komm an die hinter der Spitran. Die Spitti ist jetzt direkt über dem Flugplatz. Viktor ich seh dich. Ich bin da vorsichtig. Ja die kommen mir da mit Wasser entgegen. Alter. Boah das Ding hat einfach keinen Dampf hier ey. Ich komm da nicht dran. Bei Crepon sind wohl jetzt ruhig. Über Wasser bei Crepon nördlich raus. Bomber kriegt 6 Uhr. Die Maschine die über Wasser ist. Die kriegt dann 6. Die Maschine? Welche Maschine? Die Bomber, Bomber. Pass auf ich überhole dich gerade. Bitte aufpassen. Ja. Ich verstehe das nicht dass du. Bomber ausweichen der letzte oder? Gib doch Bescheid bei sowas. Vorderer Bomber kriegt jetzt auch gleich 6. Der der Fahne zieht. Wotup Spitfire mit Wasser dreht hinter der G50 ein. Kann ich Maschine nicht behalten. An alle Baustellen. Wir fliegen 6. Fliegt dann noch eine G50 auf Halo 40 über Wasser? Meine Spitze zieht gerade hoch. Die andere eher hinterher. Ja echt? Welcher folgst du? Der 5 G50 auf mir vorbeigehen. Ich geh der Höheren nach. Okay der Linken. Ich folge der Linken. Ich fahre nur Sprang Heckschützen. Jo, ich komme. Hito! Ach Alter! Was war das denn? Ah, Bomber kriegt wieder 6 Uhr. Oh! Oh! Scheiße! Wo gehen die Bomber hin? Kaum will man starten, kommt eine Spitfire und beschießt Platz und mich damit auch. Ja, interessiert keinen. Ruhe! Das passiert ja. Das passiert ja. Das passiert ja. Altersa Bauchschütze bei Vidu. War nur drin als Dachgunner. Ach Gott. Auch immer Turmgunner, Turmschütze. Wir brennen aber sind frei. Achso, dann ist alles gut. Ja, aber du wirst den nicht mehr halten können. Die beiden Motoren sind einmal bei dir. Negativ. Ah, hab Öl. Oder ist es noch meine Anzeige? Alles klar. Wenn mir läuft, wie geschmiert. Na sehr schön. Natürlich. Bruder, brennt da wirklich was? Ja, nur Seiten Bruder. Nichts Schlimmeres. Achso, dann geht's ja. Brauch ich doch nicht meinen Feuerlöscher betätigen. Hey Libanus, hab wieder Leistung. Na gut, dann flieg ich mal Richtung Heimat. Wer fliegt denn mit einer Wasserfahne Richtung Crépan? Ach, Crépan. Gratier. B50. Also ich hab ne Spritfahne. Guck mal, die freuen sich. Die freuen sich, dass wir zahlreich erschienen waren. Genau. Vido, I'm on fire. Oh, Sec ist abgefallen, Vido. Oh, Sec ist abgefallen. Nein! 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 Hey Leute, seid mal kurz. Das muss ich euch echt erzählen. Und ich seh so grade, wie das immer mehr anfängt zu brennen. Das Feuer wandert so rüber und auf einmal, bup, ist wirklich das Heck einfach abgefahren. Endlich. Da hätt ich aufgeben müssen. Oh, wie du, ey. Was hast du bloß falsch gemacht? Ja. Hier fliegt die Idee, die spielst du. Das ist der größte Fehler. Das ist ein Schwarzmutter. Das gibt's nicht. Das ist einfach abgefallen. Ich seh, wie es auf einem Kreuz liegt und da bist du jetzt lach. Das ist einfach abgefallen. Ich glaub, das Feuer hatte da aber nix mit zu tun. Nein, es ist einfach abgefallen. Ja. Das ist ein italienisches Flugzeug. Ja, es ist durchgerostet, wie eines Fluges, ne? Er hat auf die Bahn schon gesagt, es ist einfach abgefallen. Korrosionsschaden. Ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Ups. Ist ne E1. Das bin ich. Häng dich dran. Der Cheffe. Hier kommt ne G50 zur Landung rein, ohne Fahrwerk. So, jetzt seh ich keins. Klar, ja. 1 0 11. Ah, jetzt. Alles klar. Ist jetzt Rolf oder Lisa? Lisa. Also roll. Für die Fahrwerksmeldung. Wo ist ne andere Truppen da? Tja, ich das müsste. Ich hab's auf 30 angekommen. Wir kreisen übern Platz. Küsteplatz. Nördliche Küste. Alles klar. Verstanden. Victor. Wir pflichten in der E4. Ich. Und ich. Okay. Ihr seid's. Wer ist ich? Das sieht ja gar nicht aus. Und ich habe es dir. Ich hoffe. Wollt, wollt die mich kommen. Ich habe es dir. Ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir. Du solltest das mitnehmen.